Guten Morgen und willkommen zur dritten von drei Serien in der Rocket Monatsmission. Es geht um den Einzug ins große Jahresfinale des Rocket Turniers und zusätzlich wird auch noch einiges an Preisgeld verteilt. Also ein attraktives Turnier, bei dem ich natürlich möglichst gut abschneiden möchte, idealerweise direkt die Quali schaffen möchte. Nach zwei Dritteln der Strecke liege ich so bei schlapp 800 Punkten. Also es ist noch alles möglich, aber das Momentum hat schon ein wenig nachgelassen. So, dann haben wir hier gleich die erste Karte. Schaut euch das mal an. Ass 10, Ass 10, eine 10 bestellt und Pik Bube. Das Spiel möchte man natürlich gerne nehmen. Allerdings, das sehen wir auch, es sind schon zwei kleine Gegenreizungen im Spiel. Also alle haben irgendwie ein Blatt und das muss man sich schon überlegen. Die Oma hat immer gesagt, drei Leute haben kein Spiel, mein Junge. Pass auf, das könnte schief gehen. Ja, also schon durchaus hier gewagt. Das ist mir klar. Nichtsdestotrotz, ein 0 möchte ich mir hier irgendwie auch nicht anschauen und ich kriege es auch für 24. So, und jetzt eine ergänzende Karte im Skat. Kann ja auch der vierte Trumpf in Kreuz sein. Dann kann man irgendwie 14 Augen drücken. Dann sehe ich hier Möglichkeiten. Ah, Karo König. Ach, das ist natürlich jetzt richtig mies. Die Karte sieht an sich gar nicht schlecht aus, allerdings die 24er Reizung. Die ist natürlich bescheiden. Ja, was fällt uns dazu ein? Der Grang hat jetzt, denke ich mal, nicht so gute Chancen. Der ist vielleicht dann auch ein bisschen zu teuer. Man könnte den Dreitrümpfer Kreuz trotzdem spielen mit Pik König, Karo Ass im Keller. Aber ich entscheide mich jetzt nach einiger Überlegung doch den Karo zu versuchen mit Schneideroption. Ja, da muss es natürlich sehr günstig sitzen. Kreuz Bube zu zweit idealerweise. Und auf Kreuz dürfen sie die Zehen eben auch nicht rausschnippeln. Also Kreuz auf den Tisch. Keine Abstiche. Kreuz Bube zu zweit. Sowas in der Art. Ja, ehrlich gesagt sieht die Chance nicht mehr so gut aus. Und dann haben wir noch diese 20er Reizung. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass meine Herz 10 hier gleich eine leichte Beute wird. Der Kreuz Bube fällt aber an sich zu früh. Dann stehen die Trümpfe zu viert. Ja, und Spieler 2 sticht mir hier die Herz 10. Also das Experiment ist definitiv gescheitert. Da habe ich mich dann vielleicht hier gleich im ersten Spiel doch ein Stück zu weit aus dem Fenster gelehnt. Andererseits ist ja auch klar, 500 brauche ich hier noch, um die Direktqualifikation zu schaffen. So, und jetzt wo auch noch die Stechfarbe kommt, ist alles zu spät. Mit Stechen komme ich natürlich ein bisschen weiter. Aber wenn hier noch irgendwie der Schneider gehen soll, dann muss jetzt die Nummer mit der Kreuz 10 klappen. Das ist zwar unrealistisch und auch dann wird es wohl nichts werden, denn der Bubenstich ist ja auch noch Beispieler 2. Nee, das wird nichts. Gut, das ist natürlich kein schöner Start. Jetzt muss wirklich dann alles funktionieren. Jetzt muss es so einen kleinen Durchmarsch geben, wenn ich noch die Quali schaffen will. Naja, und immerhin, 6 Trumpf mit 3 Buben, ein Seitenass, das Spiel wollen wir natürlich machen. Oho, auch da eine Gegenreizung, wieder die 20. Das ist ja erstmal noch im Prinzip harmlos, wenn er einfach ein Herz gereizt hat. Aber dann schon wieder die Findung. Ausgerechnet zu meinen beiden blanken, roten Karten jeweils eine dazu. Jetzt ist es schon wieder ein Problemspiel. Also klar, wenn alles glatt sitzt, können wir da noch gut hinkommen. Kann man 14 drücken, kann man 10 drücken oder kann man so drücken. Also Varianten gibt es hier quasi auch wie Sand am Meer. Wenn man es mal durchzählt, 15 in Trumpf und dann noch 3 Luschen in der Abgabe, sind sie irgendwo so bei 6,57. Auch wenn sie jetzt in Karo 14 machen und dann in Pik nicht gerade die 21 treffen. 14 plus 15 in Karo, plus 15 in Pik, plus 15 in Herz, plus 15 in Trumpf sind sie auch so bei 59. Also es wird auf jeden Fall knapp, es darf aber auch nichts schief gehen. Ich habe mich jetzt so entschieden, doch die Karolusche im Blatt zu halten. Und dann schnippel ich hier natürlich auch, bleibe am Stich. Ja, und dann hoffen wir mal, deswegen spiele ich hier auch nur den Karo Buben, dass ich noch einmal am Stich bleibe, damit die Chance für mich steigt, das Karo Ass heimzubekommen. Aber das ist auch wieder nicht zu glauben. 20 wurde links gereizt, trotzdem ist der Kreuz Bube rechts. Ja, und dann fliegt mir hier natürlich auch noch mit dem nächsten Trumpfollen das Ding um die Ohren. Ja, platt, wir sind aufgeflogen. Sie haben schon genug, sie kriegen noch einen Stich, nehmen sie ihn hin. Ja, und wie ich mir das hinterher so angeschaut habe, ich kann bei keiner Drückung dieses Spiel gewinnen. Hinterhand hat einfach Ass 10 König Kreuz, Ass 10 Pik, Herz Ass auch noch bestellt und nur einen Karo. Vorne stehen die vier Karos, also ganz egal wie ich den drücke. Es kommt immer nachher zum Überstich bei Karo oder zum Abstich. Also einfach eine verurteilte Karte und damit stehe ich am Abgrund. Wir laufen, wir laufen, aber wir laufen in die falsche Richtung. So eine Scheiße, das ist doch nicht zu fassen. So, jetzt alle Kanonen ausrichten, alle Rohre fluten und wenigstens, ich meine, beklagen kann ich mich an sich nicht über die Karten. Es sind schöne Eingangskarten, schöne Ausgangskarten, nur das Ergebnis ist eben bisher nicht zu meinen Gunsten. Und jetzt kommt es natürlich hier richtig knüppeldicke. Jetzt habe ich so einen weiteren Ansatz, habe schon zwei verloren und kriege jetzt hier 40 gereizt. Klar, jetzt könnte man auch noch Karo Hand reizen, aber gegen die drei alten Bauern, die wir jetzt schon mal bei Spieler 2 vermuten, wird der natürlich auch nicht besser. Und wenn er nicht die drei alten hat, dann ist die Gefahr immer noch, dass ein Bube dann drin liegt und ich das Spiel nachher überreizt verliere. Also Karo Hand jetzt gegen die Gegenreizung wäre dann doch vielleicht etwas zu viel. Das wäre dann mit dem Kopf gegen die Wand und dann werden die Schmerzen auch nicht weniger. So, gucken wir mal, ob Mittelhand denn jetzt irgendwas Brauchbares zusammen bekommt. Der ist auch nochmal am Umdrücken, auch am Überlegen. Pik spielt er. Okay, Farbe frei, drei Trumpf dagegen. Der wird natürlich wahrscheinlich mit dreien sein, also meine Trümpfe sind nicht viel wert. Von daher greife ich jetzt auch in die lange Farbe, in der Hoffnung, dass der Spieler vielleicht einmal Karo mitbedienen muss, dass mein Partner dann den zweiten Karo vielleicht überstechen kann und dann mit Kreuz kommt, dass wir ihn also in so eine Gabel bekommen, links gestochen, rechts gestochen oder dass der Spieler vielleicht sogar drei Karos an der Seite hat. Nee, hat er aber nicht. Damit ist das Ass schon mal Geschichte. Und guckt euch das mal an. Ein Achttrümpfer mit dreien. Und in Pik hat er auch noch sieben, neun Dame, König, zehn dabei. Also das ist ja wirklich ein Wunder, dass er da keinen Krang draus gebastelt bekommt, denn in Pik wird er ja auch kein Bild abgeben. Selbst wo ich beide habe, kann er mir die neun vorsetzen und danach die sieben. Ja, das spricht natürlich dafür, dass er noch zwei Abgabestiche in der Beikarte hat, vielleicht sogar Bilder, dass er sich da nicht getraut hat. Trotz alledem in dieser Situation des Turnieres durchaus überraschend, muss ich sagen. Ich glaube, diesen Gang, den hätte er fast immer machen können oder sollen. So, jetzt zieht er da nochmal in den Luschen rum. Naja, ich habe eben schon Trumpf Ass aufgegeben. Was soll jetzt da noch passieren? So, da kommt eine Kreuzlusche. Zwei Kreuzluschen hat er dabei. Gut, Kreuzstand auch ungünstig und Pik auch. Trotzdem hätte er den Gang natürlich leicht gewonnen, der wäre auch sehr schwer zu verlieren. Aber gut, so hat er auch 44 Punkte, das war ihm wohl etwas sicherer. Das Spiel war natürlich in der Kategorie fast unverlierbar. Auch da kann es natürlich dazu kommen, wenn Karo Ass übergestochen wird, hinten mit dem Pik Ass, und dann auf die beiden Kreuzluschen noch vier volle Fallen, ist es auch passiert. Aber das ist so gut wie ausgeschlossen. Ja, und nun kommt der nächste Gang. Also, was soll ich euch sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Antritt aber gnadenlos in die Hose ging. Und zu allem Unglück kann ich mir jetzt die schönen Blätter meiner Konkurrenten anschauen. Die haben einfach kurz abgewartet, mir auf den Deckel gegeben. Ja, und dann nehmen sie ihre Abklappspiele. Gut, ist eine gute Taktik übrigens. Hier, gerang mit zwei Schneider schwarz. Karo 10 war blank. Schönes Ding. Wir sind erst in Spiel 4 und es steht schon dermaßen tot, alles gnadenlos, dieses Spiel. Okay, so, ja, und dann geht es so weiter. Jetzt brauche ich natürlich Spiele, kriege ich wieder so einen Ansatz, der zwar dünn ist, aber bis 22 natürlich geht, aber keine Chance ans Spiel zu kommen. Also aussitzen das Ding hier. Was ist jetzt da? Spieler 3. Und da kommt ein Gerang. Oh, immerhin habe ich beide Buben dagegen und Kreuzast 10. Also die ersten vier Stiche würde ich auf jeden Fall machen. Aber wenn er den Buben ausspielt... Oh, Karo Bube sogar noch bei meinem Partner. Na, gut, ich denke, ich ziehe trotzdem einmal Kreuzast 10 ab. Da kann nicht so viel passieren. Mein Partner ist ja auch wieder komisch. Er gibt mir erst die Lusche, jetzt die Dame. Das riecht schon fast danach, dass er auch den König noch hat und sich nicht getraut hat, da ein bisschen mit Bildern zu beschweren. Wie auch immer ist für mich jetzt natürlich noch keine große Hilfe. Versuche ich es mal mit Pik. Vielleicht treffe ich das blanke Ass vom Alleinspieler und kann danach meinen Partner dann noch auf Pik 10 anspielen, wenn ich Karo 10 steche. So in der Art ist die Idee. Ist natürlich alles geraten und letztlich auch nicht unbedingt zu vermuten, denn worauf spielt der Spieler hier den Gerang? Der wird natürlich noch ein paar Asse dabei haben. So, jetzt schnappe ich zu. Kann Pik Dame bringen. Oh, und mein Partner wirft Herz 9. Vielleicht hat er tatsächlich jetzt noch Herz Ass und den letzten Kreuz. Na, dann müsste es reichen. Nee, hat er nicht. Herz Ass und 10 im Keller. Und ja, Kreuz König tatsächlich bei meinem Partner, aber 21 gedrückt. Pik Ass 10, Karo Ass 10, Herz Ass 10 im Keller mit Herz König. Der war dann natürlich auch eine Ecke zu stark, der Gerang. Letzter Versuch würde ich mal sagen. Gehen wir mal ein bisschen mit mit diesen vollen. Vielleicht wird es ein Herz, vielleicht wird es ein Pik, vielleicht wird es ein Karo. 24 will ich nochmal halten. Aber nee. Hat keinen Sinn, hat keinen Zweck. Ganz stark gestartet mit vielen Punkten und dann noch rasanter abgebaut. Also eine richtige Rohrkrepiererliste hier hinten raus. Und da kommt wieder ein Grang rausgepurzelt. Ja, und dann noch, guckt euch das mal an. Da gibt es hier noch Grangs und der sieht schon so wie mit 4 aus. Der kann sich das noch leisten, hier Anschisszüge, also Wimmel finden, mit 4 Buben zu spielen, nochmal einen Karo Buben rauszuhauen. Ja, muss ein guter Grang sein, würde ich sagen. Da kann ich deswegen jetzt auch mal direkt die Herz 10 ins Geschäft investieren. Naja, nichts zu machen, nichts zu machen. Viel zu stark. Und noch Kreuz dabei. Und Karo Ass 10. Ja, mit solchen Karten. Da kann man auch mal einen Buben-Zwischenzug spielen. Schaut es euch an. 360, 340 und minus 200. Also wir sind in Spiel 6 und die beiden nehmen mir jeweils 500 Punkte ab. Ja, und da sollst du nicht durchdrehen, ne? Da sollst du nicht durchdrehen. Gut kann man in dem Moment sagen, dass das Elend dann irgendwann auch ein Ende hat. Und ich versuche es jetzt aber hier noch einmal. Gegen die Vernunft reize ich jetzt die Flocke nochmal, obwohl schon eine 20er Reizung auch aus Mittelhand drin war. Ich will es dann einfach noch einmal wissen, ob hier noch ein bisschen was geht. Ob ich wenigstens noch im Preisgard ein paar Euros retten kann. Aber auch hier, ich hatte schon kein gutes Gefühl. Die Findung war genauso bescheiden wie am Anfang. Und auch jetzt glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass dieser schlappe 5-Trümpfer durchgeht. Selbst wenn hier Herz Ass kommt. Denn aufgrund der 20er Reizung habe ich schon wieder das Déjà-vu. Da wird doch jetzt garantiert Herz im Überstich stehen. Und wie soll ich dann hier hinkommen? Ja, so ist es auch. 4 mal Herz. Jetzt Karo einfach zurück. Wieder das Ass getroffen. Jetzt kommt wieder Herz. Komme ich in die Zange, kann ich einfach nichts machen. Das Spiel ist einfach dann nach so einer schlechten Findung nicht gut genug, um so einen ungünstigen Kartenstand abzuwehren. Ja, und jetzt treffen sie es hier auch noch korrekt. Wenn jetzt Karo Einschub kommt, kann ich immer noch den Buben rausschieben und versuchen, wenigstens die Pik 10 zu bekommen. Jetzt ist dieser Versuch im Prinzip gescheitert, denn wenn ich jetzt tauche, dann kommt natürlich noch die Herz-Lusche. Ein Herz ist noch drin und wenn ich den letzten Trumpf versteche, ist entweder, dann fliegt die Karo-Lusche raus oder der Pik. Dann geht der nächste Volle nicht. Wenn ich abschmeiße, passiert das Gleiche. Dann blüht mir kurze Zeit später ein Abstich. Also, ja, Schachmatt, würde ich sagen. Auch dieses Spiel ohne Gewinnchance. Ja, habe ich lange drüber nachgedacht, ob noch irgendwie eine Konstellation möglich ist, wo ich gewinnen kann. Habe aber dann keine gefunden und deswegen Pik Dame rausgenommen. 0 zu 3, minus 300. Oh, wie schön ist Panama. Jetzt bin ich auch satt. Ich bin satt, ich lehne mich zurück. Lassen wir die anderen machen. Ich glaube, die haben beide eine leichte Liste mit Karten, wo sie locker durchmarschieren. Also, mindestens einen von den beiden, den sehe ich dann schon im Finale. Der hat sich sicher qualifiziert. Mal gucken, wer am Ende die Nase vorn hat. Vier Trumpf dagegen. Dafür fliegt das Trumpf Ass schon wieder dem Alleinspieler in den Rachen. Also, sechs Trumpf hat er. Pik Lusche Abwurf. Sprich, gut möglich, dass er Pik Ass zu dritt hat. So, dann können wir natürlich jetzt auch auf die eine Fehl nochmal Kreuz ziehen. Habe gehofft, dass er jetzt in Kreuz die 21 abgreift. Danach das Spiel mit Kreuz Lusche oder Karolusche in die Mitte trage. Und dann gegen Pik Ass zu dritt mit der 10 noch dahinter sitzt. Aber auch das hat nicht hingehauen. Kreuz 10 ist nicht gekommen. Da, mein Partner hat mir wieder zuerst die kleinste Karte gegeben. Die Dame. Jetzt erst der König. Also, ja, dass der konsequent spielt, kann man nicht unbedingt sagen. Nicht konsequent auf Sieg. Aber sei es drum, jetzt war auch nichts zu gewinnen. Kreuz 10, denke ich doch mal, dass er im Keller ist. Ansonsten hätten wir das Spiel wirklich knicken können. Denn der Spieler hat tatsächlich zwei Kreuz Luschen gehabt. Und Pik Ass König, wie dieser Stich uns hier sagt. Gucken wir mal, ist Kreuz 10? Nee, Kreuz 10 war gedrückt. Dann war es in Ordnung. Dann war das Spiel auch nicht zu schlagen. Wir hätten natürlich, ja, es war knapp, aber mehr ging tatsächlich nicht. Auch wenn jetzt eben die Pik Lusche kommt, dann kommen wir, glaube ich, auf 59. Dann machen wir 14 statt jetzt 11. Also, dann hätte es auch nicht gelangt. Nee, danke. Nee, danke. Ich mag nicht mehr. Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt mehr. Mäh. So, nun quäle mich doch hier nicht. Komm ran. Das kann auch nicht so ein schweres Spiel jetzt sein. Oder vielleicht doch. Lange hat er überlegt. Oh, und ich treffe gleich die Stechfarbe. So, mein Partner nur die Herz Lusche. Was soll uns das sagen? So, ich habe natürlich auch kein richtig gutes anderes Nachspiel. Kreuzkönig ist dann gut, wenn nur eine Kreuz Lusche gedrückt ist. Wenn Kreuz Ass noch nicht blank steht, dann sticht er im Zweifel wieder ins Leere. Ja, aber Pik will ich natürlich auch nicht spielen. Danach steht er wahrscheinlich in der 10. Und Karo kann auch seine starke Farbe sein. Ich lasse es da nochmal drauf ankommen. Ja, klasse. Da wissen wir wenigstens, was gedrückt ist. Zwei Kreuz Luschen sind gedrückt. Das sah jetzt natürlich trotzdem nicht so gut für uns aus. Also der riecht ja heute auch nicht ideal. Und es ist natürlich nur ein 5-Trümpfer. Da sieht man es schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Partner noch Pik Buben hat. Jetzt rüber zu gehen und dann Kreuz 10 zu bringen, ist zwar eine Möglichkeit. Aber dann muss mein Partner von hinten antreten. Besser so. Und er spielt jetzt einfach Trumpf zurück. Dann kann ich danach Kreuz 10 auf den Tisch legen und dann von hier die Karo Dame öffnen. Dann holen wir uns auf jeden Fall auch die Pik 10, soweit der Plan. Ne, aber das schafft er nicht. Er spielt nicht den Buben. Er spielt Pik König. Ja, und das, wenn wir jetzt mal durchzählen, dürfte dem Alleinspieler schon reichen, wenn er die 10 hat. Denn der braucht gar nicht mehr viel. Der braucht noch die Pik 10 und das Karo As mit der Dame, die er kriegt. Dann ist er schon bei 63. Null Augen hat er zwar gedrückt, aber er hat ja schon 39 liegen im Kreuz. Die 18 plus beide Trumpf vollen. So, jetzt denke ich doch. Dann lasse ich mal jetzt meinen Partner hier nochmal überstechen, bevor ich den Buben hole. Ja, dann kann der mit Pik kommen. Pik 10 heim. Ja, wenn er jetzt Karo As noch hat, dann gewinnt er, ne? Weil er die Dame kriegt auf 63. Das ist doch nicht zu fassen. Nicht mal ein kleines Erfolgserlebnis hier im Gegenspiel ist mir gegönnt. Ja, und mein Partner hat sogar noch Karo Lusche. Also er gewinnt jetzt nur, weil dann am Ende auch die Karo Dame tatsächlich noch blank steht und nicht die beiden Luschen auf seinen Karo As fallen. Aber so war es nun mal. Ja, und wie gesagt, mein Partner hätte, glaube ich, außer Pik alles spielen können. Er hätte auch Karo rüberspielen können. Nur Pik hätte er besser nicht geöffnet. Da ist ja auch wirklich gar nichts zu machen. Guck mal, wieder zugeschweißtes Spiel, wo er noch in den leeren Trümpfen rumziehen kann. Ass dabei. Karo Ass direkt gestochen. Ei. Herz Ass noch dabei. Ei, ei, ei. Dann können wir ja gar nicht rauskommen normalerweise, ne? Sei denn, es gibt jetzt noch Pik 10 mit einer Wimmelung. Oder Herz. Ja gut, da hat er den Schneider wieder selber verballert. Hätte er direkt die Lusche rausspielen können. Hat aber auch nicht mehr nötig. Ja, das sind so die kleinen Highlights, ne? Erst kriegt er noch eins geschenkt. Dann verballert er selbst den Schneider. Also, dass die Jungs nun richtig stark und präzise spielen, würde ich nicht mal sagen. Das ist jetzt auch keine Missgunst oder so. Es ist einfach manchmal beim Skat. Ich freue mich ja trotzdem, dass sie, dass dann hier wenigstens zwei profitieren. Bei mir ist ja hier gar nichts. Wir können das ja schon mal zusammenzählen. Ich glaube, in den ersten zwölf Spielen habe ich 4 zu 0 gespielt. Da waren diese Spiele ohne 5, ohne 4 dabei. Schöne, teure Spiele. Aber auch da wurde ich noch nicht mal so richtig mit Buben verwöhnt. In der zweiten zwölfer Block habe ich ein einziges Spiel bekommen. Dann stand ich also 5 zu 0. Ja, und jetzt stehe ich 5 zu 3. Herrlich. Jetzt aber. 5 Trümpfer. Ich habe 4 dagegen. Und ich habe eine starke Beikarte. Mein Partner hat natürlich nichts zu wimmeln. Ja, ich denke einmal den Trumpf abziehen. Okay, Karo 10 König ist beim Spieler wahrscheinlich auch noch das Herz Ass zu dritt. Ist zumindest eine Option. Er kann natürlich auch Karo 10 König im Keller haben. So oder so. Mein Pik Ass steht ohnehin blank. Auf Herz habe ich kein gutes Überspiel. Dann ist meine 10 gefährdet. Also kann ich es auch nur so versuchen. Ja. Und ich kriege von meinem Partner auch wieder nur eine Lusche. Das sieht natürlich dann eher so aus, als ob Karo 10 König im Keller sind. Ja, und da kommen jetzt plötzlich die Bilder. Bei mir kommen Luschen rein. Hier die Bilder. Okay. Sei es drum. Dann werden wir die Herz 10 wohl noch machen. Und damit ist gut. Gut, der Herz König war zu dritt. Den wollte er am Anfang noch nicht aufgeben. Auch soweit in Ordnung. Wow, was für ein Gemetzel. 580-550. Die beiden spielen ja, als ob sie mit Skat schon auf die Welt gekommen sind. Und ich stehe da wie der begossene Pudel. Letztes Spiel. Ja, das ist ja der erste wirklich gute Ansatz hier in Vorhand, den ich in dieser Serie habe. Gut, Spiel 2 war auch noch ein guter Ansatz, aber ansonsten war es das. Und dann tatsächlich einmal noch gut gefunden. Na, seht ihr euch das mal an. Da können wir jetzt sogar noch mal einen Gang raus machen. Der Ehrentreffer hier vielleicht. Wenn Kreuz König zu dritt steht, kann das übrigens auch noch mal in die Hose gehen. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Also das Spiel... Nein, Kreuz steht gut. Dann gibt es nur zwei Stiche. Ansonsten kann das Spiel ein bisschen knapp werden. Gewonnen werden sollte es dann auch. Ja, 15 Augen. Also Schneider auch unrealistisch. Kreuz 10, König. Wenn der gestochen wird, sind es 16 Augen auf 31. Und wenn der bedient werden muss, dann wird Herz König mit Schmierung gestochen. Dann kommen sie auch raus. Jawohl, so ist es. Gut. Immerhin der Ehrentreffer. Damit habe ich die Liste abgeschlossen. Insgesamt die 36 Spiele mit 6 zu 3. Das ist nicht dolle. Minus 202 dazu. Das bedeutet, am Ende des Tages sind es nicht mal mehr 600. Also auch so kann es laufen. Und jetzt heißt es einfach noch ein klein bisschen Geduld, bis die Abrechnung da ist. Und dann gucken wir mal, was da am Ende bei rumgekommen ist. Tadaa. Hier kommt das amtliche Endergebnis. Gratulieren. Zur Qualifikation zum großen Rocket-Jahresturnier dürfen wir. Sapunta, Gobo, Tabledancer, Fred Feuerstein, SDC, JIN, ALF und Udo L. Die Grenze lag hier tatsächlich bei genau 1300 Punkten. Wer darüber war, hat es geschafft. Darunter gab es dann sattes Preisgeld. Auch das natürlich nicht zu knapp. Und ja, dann doch schon ein wenig ärgerlich. Wir müssen jetzt ganz schön weit runterblättern. Guckt euch das mal an. 44. Da bin ich am Ende geworden nach dem guten Start. Aber die gute Nachricht ist, 25 Euro gibt es wieder. Also ein erstes Taschengeld, um die nächsten Rocket-Turniere mitzuspielen. Da werde ich dann also wieder einsteigen. Und das heißt natürlich auch weitere Videos. Insofern nicht nur schlechte Nachrichten. Dann wünsche ich euch Gesundheit. Haltet euch tapfer. Macht es gut. Und wie immer, gut blatt. Und wie immer, gut blatt.